Ja, also grüßt euch erst einmal. Heute machen wir gefüllte Zucchini. Muss man nur vorbereiten, das dauert ein bisschen, aber es ist auch nicht der Wahnsinn. Es ist Michele. Ciao Michele. Cosa ci serve? Was brauchen wir da? Zucchini. Das sind die Zucchini. Zwiebel. Brazzemolo. 1, 2. Säbelbrösel. Hackfleisch. Gemischt. Sale. Salz. Pepe. Pfeffer. No comment. Pecorino. Hehehe. Aua, jetzt ist es mir besser auf den Fuß gefallen. Rucola. Piccolini Belli Belli. Wir sind ja keine Küche, hier ist der Pilgtauer, ich bin der Schauspieler. Aber eins haben wir gemeinsam. Wir essen ja. E' vero. Non siamo grandi cuocchi, ma una cosa ci piace? Mangiare. Es endet ja immer damit, dass ich die Zwiebel schneiden muss. Wir machen jetzt, wir verwandeln in Garten, in Kunst und Gemeinschaft. Gemüse und große Bildobjekte aus Stein und waren voll in der Jungheit. Dynamisch. Jetzt sind wir halt nur noch dynamisch. Nicht viel, sagt er mit strenger Stücke. Ja, das haben wir vergessen, Muskatnuss, Muskatnuss. Ha, 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 ha. Verrischterung. Ok, grüß euch. Nein, nein, ihr seid nicht gemeint, ihr müsst es mir nicht meinten. So was? Na, ein bisschen. Schön hügelig. So. Ja, Winter. Ade. Basta. Basta. Wir schmeißen es rein, machen unsere Flaschen auf, wir sehen uns gleich. Hausgemacht. Feiner Prosecco. Wie hat die Kunst sich verändert, seine, seine Kunst sich verändert durch die Quarantäne? Es war für ihn eine große Gelegenheit, also positiv. Für viele natürlich auch negativ für einige, aber für ihn, weil er uns geholfen hat. Ja, weil wir mussten aufhören, stehen bleiben, nicht mehr raus. Wer nicht aufhören konnte, ist sauer geworden. Wenn man stehen bleibt, ist es ja nicht so wie Stillstand, sondern du hast dann plötzlich die Möglichkeit zu reflektieren, nach innen wie nach außen. Da stoppe ich mal die Beziehung, da gucke ich mal tiefer rein, da fühle ich mich wohl. Also, hätte ich gesagt, so etwas wie ein bisschen ausmisten. Es ist ein Moment von großer Kreativität, jetzt zu streiten, wäre wirklich ein irrer Zeitverbrauch umsonst. Brindiamo. Brindiamo la reflexione, ja. Mach das mal. Es lohnt sich wirklich. Oh, Schatz, Herrmann, ist es gut. Genau. Danke, 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 danke.